Wieder einmal heißt uns das Ostsee Bad Binz herzlich Willkommen. Das Apart Hotel Ostsee zeigt sich in seiner für Binz-typischen Bäderarchitektur. Elke prüft, ob der Blick über die Binzerbucht wirklich so ist wie beschrieben. Der Blick ist noch viel schöner. Binz ist die Perle unter dem Beten. Die Bäderarchitektur gibt Binz das unvergleichbare Flair und einen hinreißenden Charme. Die Kurpromenade, die Seebrücke und die Hauptstraße laden zum Flanieren ein. Viele Fassaden von Villen und Pensionen sind mit Ecktürmen, wölzernden Balkonen oder Faranden geschmückt. Musik 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 Auf der 370 Meter langen Seebrücke kann man wunderbar bummeln und jodhaltig die Luft atmen. 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 Die Luft atmen und joderte die Luft. Diablo. Das prachtvolle, im Jugendstil erbaute Kurhaus ist immer wieder ein wahrer Hingucker. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nach dem Essen, es ist inzwischen dunkel geworden, bummeln wir noch ein wenig durch Spins. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020